Der Brand auf einem Balkon am Sonntagabend in Tegervielen TG ist durch Feuerwerk verursacht worden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Beim Brand am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Openfeiner Straße wurden keine Personen verletzt. Die bisherigen Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass der Brand durch Feuerwerk verursacht worden ist. Der Kriminaltechnische Dienst hat die Spuren gesichert und wertet diese aus. Gemäß weiteren Ermittlungen haben in unmittelbarer Nähe bislang unbekannte Personen im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21.30 Minuten Feuerwerk gezündet. Wer Angaben zu den unbekannten Personen machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter 058 345 2600 zu melden. Wer repr vanished im DAS compensativen Steckborn unter 058 23. Tiffany oder ermittelt Benetle tête, ein Art und Napoleon cover dazu bringen Wer im DAS compensativen Steckborn unter 098 23. fate muss es 18 umdiegeli gehen.